leute herzlich willkommen hier ist wieder david von life is a game und wieder ist mein bruder dabei wie ihr wisst wir werden ja wieder eure teams bewerten und heute haben wir wieder ein neues team mit von percy und co so wird auch die folge heißen ja wie ihr seht haben wir hier ein bpl team mit im tor tschech in verteidigung video company links k k sagt es le coel rechtsverteidigung zavalletta dann hier rechts mittelfeld jesus navas links mittelfeld william zentrals mittelfeld rooney die zwei zentralen offensiven mittelfeld spieler sind einmal david zielmann pro an marta und im Sturm halt von Percy ja, auf jeden Fall ein echt geiles BPL Team was wahrscheinlich auch ein hohes Rating haben wird und die einzige Sache, die ich vielleicht ändern würde, wäre vielleicht Links, wenn man genug Geld hätte, sich Hazard zu holen ja, und vielleicht noch in die Innenverteidigung David Lewis für Wiedic, aber man kann die Innenverteidigung von mir aus auch so lassen und ja eigentlich so ein ganz ganz gutes Team ja, wenn man halt dann noch keine Ahnung die ganzen Spieler hier in Informs oder Second Informs ersetzt, aber es lohnt sich ja nicht immer welche aber das könnte man zum Beispiel auch machen, ja, was hältst du davon? Ich halte genauso wie du halt wegen des Mittelfeld, Hazard hin und auch Innenverteidigung vielleicht noch David Lewis ja, okay dann das war die nächste Teambewertung von uns wie ihr wisst schickt uns einfach euer Team zu und wir werden es für euch bewerten und euch ein paar Verbesserungen auch nennen ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal euer was kann man kann sagen Team eigentlich mache ich das ja alleine nur hier bei dieser Folge macht mein Bruder mit ciao Leute bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal